5,8% mehr Rentenerhöhung ab Januar 2023. Aber nicht in Deutschland. Österreichs Pensionäre erhalten deutlich mehr Rente, zwei zusätzliche Monatsrenten und ab März 2023 einen extra Einmalzuschlag on top. Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von Rentenbescheid24.de. Österreichs Renten, Pensionen genannt, wurden mit Wirksamkeit ab dem 1. Januar 2023 um 5,8% erhöht. Ergänzend zu einer prozentualen Erhöhung wird durch die Gewährung einer steuerfreien und abgabenfreien Direktzahlung für den Großteil der österreichischen Rentnerinnen und Rentner, Pensionäre, Pensionistinnen eine Anpassung über den maßgeblichen Anpassungsfaktor erzielt. Aufgrund der Entwicklung der Inflationsrate in der Zeit vom August 2021 bis Juli 2022, das ist der maßgebende Zeitpunkt, wurde der Anpassungsfaktor, der wird auch Richtwert genannt in Österreich, für das Jahr 2023 mit 1,058 festgesetzt. Das heißt also, die Pensionen werden in Österreich zum 1. Januar 2023 um 5,8% erhöht oder wurden schon erhöht. Betroffen sind hiervon sind Gesamtpensionen bis maximal 5.670 Euro. Die bekommen also eine maximale Erhöhung um monatlich von sage und schreibe 328,86 Euro. Pensionen über 5.600 Euro bekommen pauschal monatlich diese 328,86 Euro mehr. Zusätzlich zu der prozentualen Anpassung erhalten alle Pensionsbezieher in Österreich, die im Januar 2023 Anspruch auf eine österreichische Pension haben oder hatten, eine zusätzliche Direktzahlung für das Jahr 2023. Die Direktzahlung beläuft sich bei einem Gesamtpensionseinkommen, welches nicht mehr monatlich als 1.666,66 Euro beträgt. Davon 30% also 500 Euro. In einem Korridor von 1.666,66 Euro bis 2.000 Euro gibt es einen Fixbetrag von einmal 500 Euro und bei 2.000 Euro bis 2.500 Euro gibt es einen Betrag von bis 500 Euro, der auf 0 Euro abschmelzen kann. Das heißt also, hier bekommen die österreichischen Pensionen, die geringer sind als die höheren Pensionen, also die sozial schwächeren Pensionen, hier einen extra Zuschlag. Und diese Direktzahlung wird im März 2023, also dieses Jahr im März 2023 ausbezahlt und dient als unmittelbarer Ausgleich für die gestiegene Teuerung. Wohlgemerkt, Abgaben und steuerfrei. Die Mindestpension in Österreich wurde ab dem 01.01.2023 für Alleinstehende auf 1.110,26 Euro angehoben. Und jetzt halten Sie sich fest, dazu kommt noch on top für alle Pensionsempfänger in Österreich die 13. Pension im April 2023 und die 14. Pensionszahlung im Oktober 2023, die jeweils zur laufenden normalen Pension noch ausgezahlt wird. Meine Damen und Herren, Zahlen, von denen unsere deutschen Rentnerinnen und Rentner wirklich nur träumen können, in Deutschland dürfen wir uns, wenn alles gut läuft, auf eine Rentenerhöhung zwischen 4 bis 5 Prozent freuen. Die Energiepreispauschale, das wissen Sie für Rentner, war im Übrigen auch oder ist im Übrigen auch nicht steuerfrei. Näheres zu diesem Thema finden Sie auf www.rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche, Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.